Wir müssen diese Informationen sofort zum Rebellenstützpunkt auf Yavin 4 bringen. Und was für Informationen sind das genau? Die technischen Unterlagen vom Todesstern. Ich hoffe nur, dass uns die Analyse dieser Daten eine Schwäche aufzeigt. Klingt kompliziert und war nicht Teil unserer Abmachung. Sobald ich mein Geld habe, bin ich weg. Wegen eurer Belohnung braucht ihr keine Angst zu haben. Wenn es euch nur um Geld geht, sollt ihr auch nichts weiter kriegen als Geld. Meine Datenbank steckt über... Willkommen! Schön, dass ihr noch am Leben seid. Schnell in den Kommandoraum. Generäle warten ungeduldig auf diese Pläne. Hier lang bitte. Sie warten bereits auf euch. Hier lang bitte. Ihr habt die Pläne? Wir müssen sie sofort analysieren. Die Kampfstation besitzt einen starken Schutzschild und mehr Feuerkraft als die halbe Sternenflotte. Eine Analyse der von Prinzessin Leia überbrachten Pläne hat eine schwache Stelle aufgezeigt. Ein kleiner Ein-Mann-Jäger müsste den äußeren Verteidigungsgurtel durchbrechen können. Bemannt eure Schiffe und möge die Macht mit euch sein. Flügel in Angriffsposition. Rot, fünf, ich gehe runter. Wir sind bei dir, Boss. Es ist fast wie zu Hause in der Bettlerschlucht. Lass dich von deinen Gefühlen leiten. Hier ist Rot 1. Solange diese Turbuliser auf uns feuern, wird das nichts. Hier wirst du, was zur Turbulis stapeln. Halt durch, Jakob! Volltreffer! Ja, getroffen! Wieder einer weniger! Ich muss auf den Rest von ihnen noch ausschalten. Entlaut, ich habe die Turbuliser aufgeschaltet. Gut, aber wir sind noch nicht vorbei. Konzentriert bleiben. Wir fliegen rein in den Gras. Halt uns die Dreijäger zugleich. Und es geht wohl gut. Die Raubstation ist drin, ihr seht. Achtet auf weitere Kreisen, die auf euch zufrieden. Wir brauchen Hilfe mit den drei Jägern. Verstanden? Achtet auf diechste interesante. Ist das kein Es ist so viele. Ich muss mich konzentrieren. Das übernehme ich selbst. Gebt mir Deckung. Jawohl, Schatz. Aufpassen, Junge. Die zentrale Ventilationsöffnung bleibt geschlossen, solange die anderen noch funktionieren. Wir müssen sie öffnen. Ach, und du Quäler mischt wohl nur Lauf hin. Zerstöre erst die kleinen Schichten, um ihn zu öffnen. Aber dein Eifer gefällt mir. Ach so. Ich bin auf dem Dino, werft nur mit dir. Ich bin auf dem Dino. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020